Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Naruto Shibu und Ultimate Ninja Storm 3. Und dieses Mal sind wir jetzt wirklich mal auf dem Weg nach Kumogakura. Beim letzten Mal ja so ein unerwarteter Spezialpart. Und jetzt sind wir aber mal wieder hier richtig in der Story drin und wollen jetzt noch ein bisschen vorankommen. Und machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg zum Dorfeingang. Dorfeingang, dafür müssen wir aber in die komplett andere Richtung. Und zwar hier lang. Wir waren ja schon mal in Richtung Dorfeingang unterwegs gewesen, als wir das Vogelhaus aufstellen mussten ganz zu Beginn. Aber jetzt sind wir anscheinend auch das erste Mal hier wirklich so richtig frei im Dorf unterwegs. Und nicht so mit jemandem, hey, da müssen wir uns aber nicht lang. Ja, das heißt, wir können jetzt erstmal lang gehen, wo wir wollen. Darum kommen wir immer noch nicht ran. Sehr schade. Da oben steht Zeit drauf. Ist da halt irgendwas Besonderes? Nö, hat immer nur weiß. Den Kopf abgelassen. Bisschen Geld, das wir gleich mal mitnehmen. Sollen wir den nicht einfach so liegen lassen da, ne? Ja, und so, und so. Und runter hier. Und weiter geht's. Ab in Richtung Dorfeingang. Ja. Dann bleibt das noch kaputt. Das noch kaputt. Und nehmen das mal mit, was da in dem Konohr am Mauer liegt. Selbstverteidigungslehrbuch. Äh, ich wollte nicht gar nicht hier sprechen. Was passiert denn, wenn wir hier rausgehen, ohne mit Guy zu reden? Können wir das schon? Ne, das können wir noch nicht. Gut, dann erstmal zu Guy. Hä? Just you, Guy-Sensei? Yes. Aoba und Yamato sind nicht hier yet. I got ready at top speed and I've had to wait for almost an hour. Hm. And what about you? Ich bin bereit. Heißt das, wir machen jetzt so einen kleinen Trainingskampf gegen Guy, bevor die anderen beiden zu stoßen? Kann ich mir fast vorstellen. Of course, I'm ready. Perfect. Then let's get right to it. Yeah. Uh, get to what? Ha ha ha. Our pre-departure training battle, of course. Why? Huh? What a silly question. Just think about it. We're about to leave for the Hidden Cloud. The Cloud attracts brawny ninja skilled in combat. You must be able to handle any situation you encounter. You don't mean we may end up fighting with the Hidden Cloud ninja? There is that possibility. I, uh, I see. In that case, this training match... Correct. It assumes you have the judgment to handle any emergency, as well as a battle with foreign ninja. Hmm, I'm gonna have to take this one seriously. Think of me as a Hidden Cloud ninja, all right? Then slip through this blazing barrage of attacks. Right. Remember, you asked for it. What a brilliant spirit! I'm getting all fired up as well. I will respond to your hot blood with my full strength! Let's see if it's like a Runningями something special. Ah! Naruto gegen Kai. Das wussten wir schon vorher. Ich möchte die Kampfbedingungen sehen, bitte. Ah! Angriff mit 25 Treffern in Folge und gegnerische Angriffsstärke plus 20. Das ist mal... Schönen was? Das macht nur 13, schade... Okay, 25 ist echt schwierig... Ja, verdammt! Ich kann mich jetzt nicht aus Konzenten konzentrieren, verdammt der The Next Guy, denn... Ich muss die 25 Treffern von oben kriegen... Das ist so ganz gut klapp, wie es aussieht... Ja, was hast du da vor? 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 Oh, das ist doch Kacke! Ach, der verliert Leben dadurch? Das ist natürlich Kacke! Ich will diese Drecks-Kombo kriegen, verdammt! Lass mich mal in Ruhe, ich muss ne Kombo hinkriegen! Boah, wie soll man denn eine Kombo hinkriegen bei dem Drecksidioten? Der rennt doch nur hin und her! Der lässt sich doch keine Sekunde in Ruhe! Verarschen! So! Das sieht doch schon besser aus! Ja! Na also! Muss ich den nur flatt kriegen? So, zum Beispiel! Und das funktioniert anscheinend! Ja! 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 Huh! Huh! Jetzt bin ich alle bereit, um mit der Hidden Cloud zu sprechen! Danke, Super-Buschi-Brau-Sensei! So! Das 25-Kombo-Dingens bei Gai war schon recht schwer! Aber es gehören noch schwere Kämpfe zum Alltag eines Ninjas dazu! So! Wir laden jetzt auf jeden Fall etwas! Was es auch immer sein mag, wir laden es! Und dann sollten wir gleich... ... soweit sein, aufzubrechen! Denn dann sollten die jetzt auch gleich Yamato und... ... wie heißt der andere? Aoki? ... dazustoßen, damit's losgeht! So! This is Naruto's current power! He's grown! Phew! That was a pretty good fight! Wasn't it, Gai-Sensei? Hm? Yes! Yes, it was! It was a splendid battle! No matter how the Cloud Ninja boasts of their strength, they have no chance against us now! Haha! The Hidden Cloud Ninja can attack us anytime! We'll send them home with their tails between their legs! Attack us? Now that won't happen! I thought I heard screeching over here! You two are... ...really something else! You came at a perfect time! We just finished a training match! Have you, then? That's, um... Well done! You must be tired! You never know when a tough ninja such as myself will challenge us! It's far better to be safe than sorry! Mhm. Although I doubt there are any ninjas manic as Gai in the Hidden Cloud. Well, now that we're all here... Right! Let us depart for the land of lightning! Follow me, men! Yeah! Are they going to be like this the whole time? Let's start with a greeting, shall we, Toby? Or rather, I hear you're going by Madara these days! I'm impressed you found this place! You oughtn't underestimate how much I've learned wandering the world as a spy! And a member of the Akatsuki! That's right! You were one of Sasori's spies! Which makes you now a traitor to Akatsuki, Kabuto Yakushi! This is... The enemy! A forbidden jutsu once known only by the second Hokage and Lord Orochimaru. But now I am the third. I have surpassed both of them. Please be at ease. I have not come here to fight you. Then what do you want? I want to join you. Join forces? What would be in it for me? I hear you're starting a war. I offer you strength in battle. In the form of Itachi, Sasori, Deidara, Kakuzu, and Nagato. Stallward warriors all. Plus, they're not the only pawns I possess. And in return? Sasuke Uchiha. What are you plotting? Nothing in particular. My interests lie in exploring the diversity of ninjutsu. Sasuke is merely necessary for part of my research. I desire a living, young Uchiha individual. And if I refuse? That's... Did you really think I would approach you without a hidden move? That's right. You cannot refuse me. Where did you get that? I have my means. Don't worry. I haven't told anyone else. I never imagined you would become such a... formidable vessel. Quarreling with you right now would only waste energy. You timed your visit so... precisely. Very meticulous. And so? Very well. I'll join forces with you. However, I will only handle the Sasuke after the war. We seem to have reached an understanding. I expected no less from Madara Uchiha. Your vessel is unique. And you're insolent. I shall reformulate my strategy after I confirm your battle strength. Team up with the Anbu for these missions. And complete them ASAP. Understood. You're tired, aren't you Lady Tsunade? We're headed into war. There's so much that needs to be done. I know. Come to think of it, it's about that time. Huh? Naruto and the others should be entering the land of lightning right about now. Oh, I see. I hope he's not giving Captain Yamato too much trouble. This war is being fought to protect Naruto. Yamato and the others will have to keep a close guard on him to make sure he doesn't catch on. He sure will. Naruto. I'll do my best. So you work hard too. So this is it, huh? We're here! We're here! Are you okay, guy? I had no idea you got seasick so easily. Why, you... My guy is... Man of steel. I'm not... Is your friend alright? Oh yeah, he's fine. Everything's fine. Please, don't worry. He had so much energy before we left. Where did it go? Then, uh... Where will we be staying while we're on the island? It's up ahead. Once you've gone a little ways, you'll see it. Understood. Then we'll just head that way. I'll keep an eye on Gai until he's recovered. Yamato, you and Naruto go on ahead. Ah, that sounds like a good idea. Come on, Naruto. We're going to the lodgings. Yes, sir! Kai-sensei! Hurry up and will yourself better! Na wunderbar. Naruto is on the planeten... Auf dem Planeten... Auf der Insel, natürlich. Aber... Kabuto und Madara haben sich verbündet. Wobei das anscheinend nicht mehr Kabuto ist. Denn... Ich hatte nicht nur die Vermutung. Es gab auch mehrere Anleitungen dazu. Ich glaube, Kabuto ist im Anime einmal Sasuke begegnet. Irgendjemand ist ja mal kurz begegnet. Oder auch den Akatsuki. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm... Und da hatte er schon so Teile im Gesicht von... Die so diesen Schlangenähnlichen etwas ähnelt, in denen er jetzt komplett ähnelt. Und... Da hatte er gesagt, dass er Orochimaru in sich nicht mehr lange zurückhalten kann. Und Orochimaru... Ähm... Versucht die Kontrolle über ihn zu übernehmen. Und... Jetzt... Äh... Hatte... Madara da eben gesagt... Ähm... Ich hätte nie gedacht, dass du so ein gutes Gefäß abgibst. Kabuto. Mit anderen Worten denke ich mal, dass... Orochimaru... Die Kontrolle übernommen hat. Und deswegen jetzt gerne Sasuke hätte. Um ihn dann doch letztendlich zu seinem Gefäß zu machen. Wie er es ja doch die ganze Zeit immer vorhatte. Was er da allerdings in der Hinterhand hatte für... Ähm... Wenn das wirklich Madara ist. Weil... Es gab ja auch Andeutungen... Das hatte ich ja in der Generation schon gesagt, dass das nicht sein sollte. Vor allem von Kakashi im Anime schon. Dass er irgendwie meinte... Ähm... Falls es Madara sei oder irgendwie sowas... Irgend so eine Ahnung... Irgend so ein Spruch kam da. Äh... Dann wäre das ja vielleicht der erste Hokage... Den er da rausgeschworen hat. Weil die waren ja ewige Rivalen und so weiter und so fort. Keine Ahnung, vielleicht. Das ist aber wirklich nur eine ganz grobe Vermutung. Ich hab echt keine Ahnung, wie das da sein kann. Okay, dann gehen wir erstmal ein bisschen vorwärts, wie es sein soll. Wahrscheinlich können wir ihn jetzt nicht erbiegen, oder? Ein bisschen Pilz können wir mitnehmen. Oder auch nicht. Aber nichts drin in dem Pilz. Ist hier was drin? Oder ist Geld in dem Pilz? Nein, natürlich können wir da noch nicht frei rumlaufen. Das wird wahrscheinlich auch erst wieder später kommen. Gut, nehmen wir das Geld damit, was der Vogel hinterlassen hat. Ist ja ganz üblich, dass Vögel immer Geld da hin und hier hinschmeißen. Gelder! Mein Gott! Geld! Oh, und es kommt wieder ein Ladescreen. Also wieder so eine kleine Zwischensequenz oder sowas. Ich bin Yamato von der Leif. Ich wusste, dass es ein Ort für uns bleiben muss. Oh ja, ich habe gehört darüber über dich. Ich bin glücklich, dass du es geschafft hast. Du bist in dieser Richtung. Ich bin glücklich, dass du es geschafft hast. Es wird nicht viel weiter. Danke, sehr danke. Ist das der... Ja, sein Name ist... Ich bin Naruto Uzumaki. Schön, dich zu treffen. Sie sind glücklich. Ich glaube, dass du und Bee ein guter Team machen. Bee? Wer ist das? Was? Sie sind beide Jinchuriki und du nicht ihn kennen? Ich weiß ihn. Auch in der Hidden Cloud. Bee ist ein famouser... Der Great Bee. Das ist mir. Wer ist mein Name? Keine Autographie, bitte. Weil das wäre lame. Bee? Yo! Huh? Dieser Mann ist Bee? Nein! Der Name ist Killer Bee. Der Blöden 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 Blöden. Oh ja! Was? Wer ist die Schäden-Werde mit den Schäden-Hüllen-Hüllen-Hüllen-Hüllen? Also, das ist... Der Blöden 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 Blöden? Ich glaube nicht. Die Blöden Blöden hat einen, auch. Einmal wie ein Mannig wie ein Mann. Der Blöden Blöden ist der Blöden. Ein Jinschuriki wie du, der hat die 8 Reine komplett unter seinen Kontrolle. Kontrolle ein Beest? Dieser Mannig? Nicht diesen Mannig, er ist der Beest-Massiker-Killer-B. In diesem Fall, bitte! Du musst mich trainieren! Trainst du? Ich bin die 9 Reine Jinschuriki-Ginn. Aber ich bin noch nicht able, Ich habe noch nicht able, die Ninetales zu kontrollieren. Also, bitte teach mir, wie die Ninetales zu kontrollieren. Keine Weise. Huh? Du kannst es nicht jetzt machen, mein Freund. Die Ninetales würde dich aufbauen. Dann. W-Why nicht? Ich werde nicht wissen, bis ich versuchen, richtig? Pipe down und meditate auf der Waterfall. Du kannst dich trainieren. What a pain. Hey! Warte auf! Well, er ist weg. Wenn er in dieser Lage ist, ich vermute, dass er zurück wird. Was bedeutet, dass ich das nicht machen kann? Und zu sprechen, zu schnauern. Nein, du hast es falsch. B hat dir einen Beweis. Was bedeutet das? Was bedeutet das? B hat gesagt, du gehst meditate auf der Waterfall. Da ist ein Ort auf der Erde, der der Waterfall der Wahrheit. Der Meditate da lässt dich auf die Erdmung in dir. Der Waterfall der Wahrheit? Das ist wahrscheinlich das er bedeutet. Du gehst, oder? Du gehst, du gehst? Du gehst, du gehst. Du gehst, du gehst! Ich werde schnell und meditate. Und ich werde ihn trainieren. Ich werde ihn auch trainieren. Dann glaube ich, du gehst. Das ist kein Territorium. Alles kann hier passieren. Du gehst, du gehst. Es sieht aus, dass der Leif's Jinchura-Key auch nicht gut zu halten. Ich glaube nicht. Mehr Leif-Ninja kommen später. Bitte schau sie auf sie. Entstanden. Du gehst auch auf sie. Wie ich mich kontrollieren kann. Ob das passieren wird oder nicht. Das ist natürlich nur eine Frage. Aber wer weiß. Was sich hier in dem Naruto-Universum alles noch so ja vorkommen kann. Ich weiß auf jeden Fall noch was. Ah. Ich hab das Versteck fortgeschritten. Hier ist eine Mission. Essen, blabla. Da ist noch ein Shop und ein Speichertyp. Ein Speicherhaus. Aber wir gehen weiter Richtung Wasserfall. Hier sind nochmal Pilze. In denen nichts drin ist. Ist in denen Holz irgendwas drin? Da, eine bittere Gurke. Da kann man nicht rüberhüpfen. Nachdem ist die über den Stamm. Okay. Dann gehen wir über den Stamm. Noch mal ein bisschen Geld. Vorne ist der nächste Holzstamm. Ein bisschen Laub. Pilz. Aber es ist alles nichts da. Alles leer. Alles weg. Und jetzt kommt der Datoscreen. Sind wir also beim Wasserfall angelangt. Sieht ganz so aus. Das ist die Holzstamm. Das ist die Holzstamm. Die Wahrheit ist in der Wahrheit. Also wenn ich hier meditate werde, werde ich die Schmerzen oder was auch in mir befinden. Das ist das, was er sagte. Ich weiß nicht, ob es wahr ist oder nicht. Hey, Naruto! Es ist gut. Du schaust von dort, Captain Yamato. Die Wahrheit ist in der Schmerzen. Hey. Huh? Wer bist du? Ich bin kein Schmerzen-Klone-Jutsu. Ich bin du. Ich bin die Schmerzen in dir. Ich bin die Schmerzen. Die Gefühle auf deinem Bauch. Der Format von deinem Veruga. Ich bin die Wahrheit in dir. Ich bin... Ich...? Ich... Du bist wirklich? Du hast mich mit mir geschmeckt! Ich bin ich! Ich bin kein Verstand dass ich diese H AOAN! Denyze ihn alles, was du willst. Das werden das ist nicht verändern. Ich bin ich. Aber... Unlike dich, die Ninetales hat mich sehr interessiert. Das ist Chuck. Also, du bist der Arbeit mit den Ninetales. Das stimmt. Ich bin dich. Und ich werde dich nicht verlassen, du fake. Ich bin nicht der Fake. Du bist! Versuch mich dann weg. Nicht, dass du es kannst. Bring es an! Wichtige Items überprüfen. In der Werkzeugwarnung. Um eine Linierwerkzeug-Anpassung vorzunehmen, musst du zuerst entweder die Helden- oder Legenden-Item-Palette wählen. Dann wird die entsprechende Linierwerkzeugliste angezeigt, woraufhin du die Werkzeuge mit der erforderlichen Stufe anpassen kannst. Nachdem du die Anpassung deiner Linierwerkzeuge abgeschlossen hast, wähle mit Hilfe des Steuerkreuzes entweder deine Helden- oder Legenden-Item-Palette und drücke 4. Damit wählst du die Palette mit den entsprechenden Linierwerkzeugen, die du im Kampf zum Einsatz bringen kannst. Wunderbar. Ich möchte aber lieber sowas hier einsetzen. Ich möchte keinen Angriffsschub. Ich möchte keinen Verteidigungsschub. Ich möchte keinen Sohnsschub. Ich möchte keinen Angriffsschub. Was? Bittere Gurke. Schrift bekrümter Quellen. Halt er da. Das muss alles in die Werkzeuge laden rein. Ich wollte eigentlich mich heilen. Habe ich nichts zum Heilen? Chakra-Regenerationsschub. Ich wollte... Ich hatte doch ganz viele Wundsalben gehabt. Wo sind die denn hin? Merkwürdig, ne? Machen wir das mal so. Machen wir das mal so. Und das mal da hin. Toll. Was haben wir hier schickes? Hier haben wir die Wundsalben. Okay, die können wir also nur da hin machen. Da haben wir noch ein Kettenhemd. Nahrungspillen. Riesen-Nahrungspillen. Super-Nahrungspillen. Äh, okay. Wir sind jetzt Stufe 2. Jetzt verstehe ich das. Warum es hier Stufe 1, Stufe 2 und so weiter gab. Gut, gut, gut. Bringt mir aber nicht viel. Ich hätte gehofft, dass ich mich jetzt irgendwie heilen kann. Das war der einzige Grund, warum ich das gemacht habe. Da ich es nicht kann, müsste ich den Kampf wohl mit dem bisschen Leben, was wir jetzt haben, beginnen. Und was haben wir für eine Zusatzoption? Also für eine... Boah, Naruto gegen dunkler Naruto. Was haben wir für eine Zusatzaufgabe? Ja, konstant über 60% können wir damit vergessen. Wir werden nie beginnen. Du bist genau wie ich. Du bist genau wie ich. Du bist genau wie du denkst. Unsere G2 sind die G2. Sie sind alle gleich. Sie sind alle gleich. Oh Gott. Ja, deswegen wollte ich mich heilen. Wo ist der Kontrollpunkt gewesen? Ich hoffe, der Kontrollpunkt ist nicht weit weg. Ja, okay. Bevor Killer Bee weggingen, bla bla bla. Das ist ja nicht lange her. Dann können wir das hier von da aus nochmal machen und hoffen, dass wir im Shop gleich irgendwas finden, womit wir uns auch heilen können. So. Wäre auf jeden Fall ganz schick. Ah, unser schön Weg zum Wasserfall. Wo sind wir hier hin? Dann sind wir wieder hier. Oh, super süße Karotte. Aber ganz ehrlich, wenn ich hier eine Karotte und eine Gurke in einem Laufhaufen und einen Baumstamm finde, dann will ich die gar nicht erst wissen, was man... Wie lange die da schon in einem Baum stumpf oder... Ah, eine Gurke im Baum. Ja, lecker. Wie lange die da schon liegt. Kein Wunder, dass die sauer ist. Ganz schön sauer, dass die keiner aufgehoben hat. Das ist nur... Oh. Gut. Ja, das... Wenn das der eben auch schon war, dann hab ich das natürlich ganz glatt übersehen. Okay, Shop. Gibt mir irgendwas, womit ich mich heilen kann. Ah. Okay, immer wieder passen über Sachen. Wunderschön. So weit toll. Richtig klasse. Oh, ist das schön. Oh, wunderbar. Toll. Richtig toll. Und wunderbar. Klasse. So. Aufgrundsalbe minimale Gesundheit mehr erstellen. Aber nur im Kampf, oder was? Ist doch kacke. Ich will irgendwas haben, womit ich mich jetzt hier so... heilen kann. Angriffsschub. Vorm nächsten Kampf. Verteidigungsschub. Chakra Regeneration. Variierter Chakra Verbrauch. Nichts zum Heilen? Willst du mich verarschen? Ich will mich heilen, verdammt. Davon ein. Und 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 davon ein. davon ein und davon ein und davon ein und das und das Toll, dann nehmen wir das so Das ist damit jetzt Oh, ich bin davon noch zwei und ich bin davon noch sechs Kann ich mich denn hier irgendwie heilen? In der Itemliste In der Itemliste kannst du dir das Niederwerkzeug ansehen, deine Items betrachten oder benutzen und wichtige Items überprüfen Um eine Ninja-Werkzeug-Anpassung vorzunehmen, bist du zuerst und wieder die Helder, Legenden, bla bla bla, hatten wir schon Toll Hm Angriffsschub Angriffsschub Zunahme der Dingensliste Tauberinschlaf, starker Angriff Hm Das ist ja kacke Ich will das verwenden, verdammt, wie soll ich... Das kann doch nicht wahr sein Ist es nicht möglich, sich zu heilen? Ich meine, wie soll ich denn den Kampf schaffen, wenn ich jetzt zum Beispiel nur so einen minimalen Lebens habe? Dann ist es ja unschaffbar! Dann muss ich ja zwangsläufig sterben! Das kann ja nicht sein! Tutorial Angriffsschub 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 Angriffsschrub Ja, das stellt die Gesundheit wieder her. Aber das kann ich ja so nicht einsetzen. Alles sehr, sehr, sehr merkwürdig. Das wird ja der Nudelladen vollkommen sinnlos werden. Ja, jetzt haben wir natürlich ein Problem, ne? Eine Itemliste. Bento. Ah, der ist uns geheilt, okay. Das heißt, ich muss jetzt meine Angriffsstärke erhöhen, obwohl ich die gar nicht wollte. Nur damit ich Leben dazu kriege, okay. Merke ich mir. Da ist nichts. Jetzt ab nach oben. Gut, hat sich ja dann doch irgendwie noch geklärt, aber merkwürdig, dass es nicht einfach nur Lebensregenerationen gibt, sondern dass man dann jedes Mal noch so einen Zusatzeffekt mitnehmen muss. Ist schon ein bisschen komisch, aber naja. Von mir aus. Wir haben es ja irgendwie geschafft, unseren Naruto zu heilen. Die Zwischensequenz können wir jetzt auch überspringen. Das kannten wir jetzt ja schon. Der böse Naruto taucht auf. Kampf beginnen. Wer wird diesen Kampf gewinnen? Gesundheitanzeige konstant über 60% halten. Ich werde es versuchen. Wir starten schon mal gar nicht schlecht. Er sieht genau wie ich. Das bedeutet, dass du genau wie du denkst. Unsere Träger und Techniken sind alle gleich. Ja, ich werde es nicht mehr so gut machen. Ich helfe mir so relaxt. Es ist nicht egal, wie hart du bist. Du kannst mich nie verraten. Komm her, ich werde es nicht mehr so gut machen. So Ich arbeite mit meiner Kopf hoch Ich arbeite mit meiner Kopf hoch Ich arbeite mit meiner Kopf hoch Jetzt kannst du dich sowieso mit dir ziehen, es dauert nichts raus So So, dann bringen wir euch wieder den Deal zu Abschluss, oder? Ja, toll! Game over! Wunderbar! Einen S-Wagen abkassiert. Und ein paar Hilfepunkte. Und ein paar Legendenpunkte. Und Gai Hiru Dora freigeschaltet, weil wir jetzt 440.000 Rio freigeschaltet haben, okay? Und im Shop wurden neue Sachen zugefügt, bla bla bla. Okay, wir schalten also auch für Rio neue Kostüme oder neue Fähigkeiten. Na, für Fähigkeiten, oder war das eine Fähigkeit? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall für bereits bekannte Charaktere frei. Jetzt sind sie geil. Okay? Ich weiß es nicht, wie du bist, oder ich bin! Ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Ich weiß es nicht, wie du bist, oder? Ich weiß es nicht, wie du bist. Ich weiß es nicht, wie du bist. Ich... Ich weiß es nicht, wie du bist. Ich weiß es nicht, wie du bist. Ich weiß es nicht, wie du bist. Ich bin es nicht, wie du bist. Ich schaufe ihn, und er würde einfach zurückkommen. Und er hat immer gesagt, dass diese schweigungen sind. Ich weiß es nicht, wie du bist. Also hat er auch psychologische Attachen verwendet. Das ist ein schwerer opponent. Aber du musst, wie du das Dwarf schweigst, oder sonst... Naruto? Ich werde mit Shades-Wearing-Pops sprechen. Sei bereit, selbst wenn du jetzt geht, er könnte nicht hören. Vielleicht nicht, aber er könnte mir zumindest einen Beweis geben. Still? Ich... Ich werde gleich zurück. Poor Naruto, er ist wirklich schickend. Okay, hoffen wir mal, dass das nicht wahr ist, dass Naruto wirklich sowas denkt. Sondern, dass das wirklich nur so ein psychologisches Spielchen war, wie Yamato das eben meinte. Sonst wäre das schon echt hart. Gut, der Wasserpfeil ist jetzt anscheinend wieder lieb. Tut jetzt gerade mehr was. Also können wir noch ein paar Pilze verkloppen. Ich denke, die sind im Gegensatz zu dem Wasserpfeil ganz böse. Die brauchen ein bisschen Frügeleien. Und so haben wir einen fleischigen Pilz bekommen. Und können da nicht lang, sondern... Wir können jetzt da lang. Na gut, ich glaube, wie er sich sicher ist, dass in ihm kein Hass steckt, ist ja alles gut. Ja, Killer Bee wird schon ein paar Tipps für uns haben. Das ist immerhin der achtschwänzige Shinjuriki und ein super Rapper. Also, da muss doch total weise Ratschläge haben, nicht wahr? Ja? Shinobi, by being ninja so stealthy, we extend our life expectancy. Hey, got a good feeling about that one. And it feels good. B? B? How much time are you planning to waste on this? If you've got time to lay down some bad rhymes, you could have looked after that kid, you know. Not that I like the Ninetales, but that kid's got potential. I was crazy wild too once, but we met, and look at me now. Are you listening to me? Hey, Bee. Sorry, I got company. Our talk's over. You get me? Yeah. Company? So this is where you are. I've been looking for you. It's the brat with the screechy voice. What do you want with the Bee? I just ran into another me. Back at the waterfall of truth. But I couldn't defeat him, so I thought I'd ask you. Came to get a hint from me, did you? Sorry kid, can't help ya. Why not? Just tell me, it wouldn't hurt anything. Unless I control the Ninetales, I can't fight Sasuke. Okay. So, please. Not if you ask me a million times, fool, ya fool. Then, what will make you tell me? Hey, Bee. Hey, Bee. You could just give him a hint. Look at his eyes. He's bracing himself for something. His eyes aren't bad. Yeah, I know. Saw it way back. Bee. Man, you're going soft. That's quite a chance him you're throwing there, hey, hey. I don't give bonuses like this every day, day. Huh? You mean... I'll think about it if you beat me. Fire yourself up and come at me. Yeah! If I beat you, we've got a deal, right? Yeah! Hmph. Those terms are awfully normal for you. I thought you'd challenge him to a rap duel. Well, I need to know how tough he is. I'll check out his ability. Just so I know. Yo, yo. Okay. I bring everything I got. Gegen Killer Bee. Oh, do you want to use Yuzo with one Treffer? Okay. Wir müssen also einfach nur einmal mit Yuzo mit dem Yuzo treffen. Das haben wir. So. 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 Und... And then. So. 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 ássatz. Bei uns, verdammt. Ja, super toll. Das ging daneben. Juhu. So, jetzt darf man die gerne fertig wieder biegen. Wer war daneben? Machen wir die Kids fertig? Was halte ich mir jetzt noch nicht fertig aus? So. Wir haben einen Gewinner. Hi, Winn! Sag mir, wie das Wasserfalltraining zu machen! Wunderschön! Ein S-Rang erhalten! Bei Endpunkt und bei Legendenpunkte und weiter geht's! So, hoffentlich wird Killer B ihn jetzt ein bisschen trainieren, denn es wäre schon mal ganz schick, wenn man den neuen Schwänzchen kontrollieren könnte. Es würde noch mal einiges an Stärke hinzubringen, denn ich glaube, Sasuke wird mit Tashis Augen auch einiges an Stärke dazu bekommen. Wie ist das? Hm. Wir sind nicht schlecht. Haha. So, ihr wird mir jetzt lernen, oder? O-Octopus-Tentacles?! Du warst ein Stunt-Double! Du wirst niemals die Real-Meek-Trouble! Ja! Du fühlst dich großartig! Die Terme verliegen! Danke für die Spiele! Buh-Bie! Das Hass in dir. Es ist ein Teil von dir. Jeder hat etwas. Du weißt das, nicht wahr? Wenn du es will, das ist dein Telefon. Aber das machen, das bedeutet, dass du verletzt bist. Was wichtig ist, Bruder. Bruder. So is your passion to trust others. There's something you gotta do before stressing about others. Yeah. Something I've gotta do. Killer Bee hat uns einen Tipp gegeben. Fällt uns doch nicht so schlecht, wie man sich das vorher gedacht hatte. Hm. I thought you were gonna give him a hint. I think you're the one who's soft here, Bee. Ha! I'm rapping here! Shut up! No way I'm soft, boo! You fool! What are you getting embarrassed for? Well, either way, the rest is up to that kid. It's true. It's true. As far back as I can remember, everybody was cold to me. It was really rough. And it really hurt. But even so, I finally got everybody to acknowledge me. Those villagers suddenly changing their tune and kissing up to you like that. They're selfish. It was like they hadn't spent years looking down on me for being the Ninetales. Do they really all believe in me? That never even crossed my mind. I can't trust them. They'll just betray me one day anyway. Can't... Can't trust... Betrayal... That stuff he said. Maybe... Deep down... I thought it too. What's important is conviction, brother. So is your passion to trust others. But... Then Octopop said that... That being able to trust is important. Way back then... I don't think I would have known what he meant, but now... Iruka Sensei and Sakura... I've got friends now who've got my back. I really do think that all of them believe in me. I can feel they do. In that case... There's something you gotta do before stressing about others. Yeah. He's right. There's something I've got to do now. Naruto. Naruto. He's back. I wonder if he managed to get his hint. Yeah. I gave him a hint. What he does with it is up to him. Huh? Killer B? Hey now! Keep the noise down, please. Just here to see what I can see. Uh... Yes, sir. Now... What's he gonna do? Hey! Back for more, huh? It'll be the same no matter how many times we go at it. You can't defeat me. Yeah, yeah. I know I can't defeat you by force. I figured that out last time. You figure right. You can't chase me out. I know you better than you know yourself. Then... You already know. What I just decided. Huh? I've made up my mind. I... Really do think I'll trust the villagers. Give me a break. I don't care what you decided. Nobody understands you except me. Those villagers have been lying to us since we were kids. Inventing stupid rules. Making us outcasts. It was so hard. So painful. I'm the only one who will ever truly understand you. You can't trust any of those villagers! Yeah. The villagers are important. But there's also someone else I've got to trust more, first. I need to believe in myself. In me. The me that the villagers believe in. If I can't believe in myself, there's no way I can believe in the villagers, right? So... First off... Before I do anything else... I need to believe in myself. That's... Stop it! Believe... In yourself? Don't give me that. I won't allow it. I'll never allow it! Hatred! That's what you really are! Darkness... Is my truth! You are me! The me that's full of hatred! That's the real Naruto Uzumaki! You're just... A fake! Try to chase me out then! Not that you can, even if you tried. Why, you? No! Okay. Naruto hat wohl einen Weg gefunden, ihn auszutreiben. Wir wollen uns mal kurz wieder heilen. Haben dazu noch eine Bento-Fähigkeit, die jetzt nicht so nützlich ist. Und auch nicht unbedingt notwendig, aber... Ist halt ein... Nebeneffekt, ne? Und dann starten wir mal rein. Erneut Naruto gegen dunkler Naruto. Aber dieses Mal... Werden wir es wohl hoffentlich schaffen... Den dunklen Naruto auszurotten. Und diesmal müssen wir den Kampf mit dem ultimativen Newtool beenden. Und nicht nur... Einmal einsetzen. Wir starten trotzdem nochmal damit. Ja, bitteschön. Geht raus! Fake! Ich kann das nicht tun. Du bist derjenige, die ich wusste, weißt du? Wir sind guter Freunde. Was ist der Grund, in glaubst du etwas wie das? Es ist egal, ob es ein Punkt ist oder nicht. Ich glaube, meine Freunde. Das ist alles, was zu tun. Ich bin hier. Warum? Und so. Und... Joa... Fast. Verdammt. Hier! Hier! Too slow! Ja! Jetzt treffen wir! Nein! Komm, 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 komm. Laden, 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 laden. Und jetzt... Nur noch einmal treffen! Das kann nicht wahr sein! Wie viel hat er denn von diesem Jungs und des Tausches üblich? Wo nimmt ihn denn alle her? Wo nimmt ihn denn alle her? So. Wir gehen over durch den Namuto. Game. Oh. Das ist genug. Du kannst mich jetzt nicht mehr besiegen. Ah, unser Laderscreen ist wieder etwas länger, es heißt Filmsequenz. Wie war das? Ich fühle mich jetzt ein bisschen besser, ich? Wie? Dann... 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 Ich war stärker, weil du existierst. Dann... 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 Dann...